So, ich zeige euch jetzt, wie man einen Striezel aus sechs Strängen flechtet. Ihr seht, in der Mitte sind die Stränge etwas dicker, am Rand sind sie etwas dünner. Zum Beschweren nehme ich hier einen Krug, damit es nicht verrutscht. Und jetzt geht's los. Wir beginnen mit dem zweitäußersten und legen den Strang über alle drüber. Dann den äußersten von der gleichen Seite über zwei Stränge drüber. Das war's im Prinzip schon. Dann auf der anderen Seite beginnen wir wieder, zweitäußerste über alle drüber und der letzte über zwei drüber. So.